schöner zu der eingeschaltet hast willkommen zurück hier auf meinem kanal mein name ist peace keypoint gestern hatte ich ja über den operator mozzi geredet da war ich der meinung dass ein kleiner aber feiner barf mozzi schon ein klein wenig attraktiver machen würde meine freunde und ja wie gerufen gibt es jetzt die möglichkeit mit der mozzi drohne also die pest hier hat die echo drohne zu kontrollieren und dementsprechend auch voll zu benutzen wie das geht erfährst du jetzt im video bevor wir mit dem video anfangen würde ich mich sehr freuen wenn du ein abo da lassen würdest und da klar die glocke aktivieren aber ich würde sagen let's go und zwar ist das ganz einfach erst müssen wir unsere drohne hinwerfen die echo drohne muss um radios sein ganz wichtig dann geht die echo drohne einfach nach oben und macht sich unsichtbar dann heben wir das wieder auf und schmeißen es noch mal und zack geht das ding nach oben und du hast dann völlig die kontrolle ist in weniger als paar sekunden machbar und schon kannst du einfach deine teamkamera und vor allem die gegner mit der echo drohne ist dann das besondere hierbei ist meine freunde wenn echo zum beispiel stirbt hast du dennoch die kontrolle und das ist mal richtig geil so echo ist tot aber ich habe dennoch die kontrolle kann mit der drohne einfach hinfahren wo ich will die gegner von plant verhindern und ja mich selber auch damit da und das ist richtig cool wie ich finde wenn man schon die feindlichen drohnen hätten kann warum auch nicht die eigenen drohen das wäre sogar ein kleiner buff im osi wenn echo sagt okay sicherer wenn wir beide die drohne haben ist glaube ich eine win win-win für beide auf jeden fall richtig gern ich würde sagen wir wechsel mal kurz die perspektive meine freunde so als echo ist es eigentlich auch ganz einfach du musst deine echo drohne hinwerfen und dann zum radius der pest von mosi hin und wenn du das gemacht hast ist es eigentlich ganz entspannt da muss halt gucken dass du wirklich nach oben hin kommst so wie ich und dann wartest du und dann springst du quasi nach oben und dann warst du es dann hat mose einfach die kontrolle von der yokai drohne wie man hier gleich sehen kann zack springt ihr nach oben quasi bei den angreifern aber du als echo hast dann nicht mehr die kontrolle von der drohne dann hast du nur noch eine habt ihr quasi zwei echo drohen gleichzeitig sprich ihr könnt die gegner gleichzeitig dann richtig geil probiert es mal gerne aus schickt auf jeden fall dann freunden die werden begeistert sein oder zeige es denen direkt ohne zu sagen dass es von mir ist richtig geil ja meine freunde wenn dir das video gefallen hat würde ich mich selber und daumen nach oben freuen und wenn du noch nicht abonniert das na klar auch über ein abo macht's gut bis zum nächsten mal und ciao